Noemi geht mit Kopfhörern und einem konzentrierten Blick auf ihr Handy durch die Alameda, eine Nachbarschaft in Sevilla. Sie erfährt, dass in diesem Haus die berühmte Flamenco-Sängerin La Niña de los Peines geboren wurde. Und das dank der App MePlays Flamenco, die Videos nutzt, um Besuchern auf interaktive Art und Weise die Geschichte des Flamencos näher zu bringen. Das Haus gehört heute einer Restaurantkette, dessen Vergangenheit lernt man mit einem einfachen Klick auf das Video des Tenses Andres Marín kennen. Es erscheinen unter anderem Künstler wie Israel Galvan, Matilde Corral und Esperanza Fernandez. Das Projekt dieser Firma wird vom Ministerium für Kultur, der Stadt Sevilla und der andalusischen Regierung unterstützt. Die Information gibt es auf der Website und zum kostenlosen Download als App. Wir viajamos desde lo que puede ser el Teatro de la Maestranza, que es un lugar donde se programa Flamenco. Por ejemplo, tenemos también la Casa La Teatro, que es el espacio más pequeño a nivel nacional. Mit Noemi entdecken wir eine Flamenco-Künstlerin, die hier normalerweise auftritt. Está en Triana y está dentro del mercado. Entonces se recupera lo que es la vida del mercado con la parte cultural que también se daba en los mercados. Wohin man schaut, Ecken und Orte voller Geschichte und Gegenwart, denn der Flamenco, der Flamenco lebt.